wo befindest du dich gerade im außen bist du bei situationen die du machen möchtest die du machen musst oder wo bist du wirklich bist du bei dir oder bist du unterwegs in einer illusion weißt du wer du bist weißt du was du machst weißt du wofür du hier bist hast du schon überlegt und wenn du es weißt wofür du hier bist dann schreibe es mir unter diesem video egal wo du mich gerade findest in welchem portal was machst du hier verfolgst überhaupt das ziel was für dich bestimmt ist oder oder verfolgst du irgendein ziel was man dir gesagt hat ich danke für deine abmerksamkeit und verbleibe euer robot gerhard